Ich heiße euch, Madegra hier. Season 5 Time. Ihr seht, ihr habt die Landkarte dazu aufgemacht. Ich selbst bin erst bei Provinz 27, verglichen mit wie ich da sonst oft unterwegs war, ist das sogar schon relativ weit. Meistens trottet er ziemlich hinterher. Meines Wissens nach sind jetzt alle Provinzen offen. Ich weiß nicht, warum mir das nicht weiter angezeigt wird. Oder geht es nur bis 33, wenn man auch, dass da noch rüber geht, bis 36 vielleicht. Vielleicht bis 33 das Ende. Auf jeden Fall kann man die Provinz spielerisch abschließen und sich aber Aufstiegsmatz holen. Wir haben dazu natürlich einen neuen Helden gekriegt, über den ich jetzt ein bisschen spreche. Hete Faires. Wie gesagt, die Provinzen sind jetzt für alle freigegeben, aber es ist noch ein Held aus dem Beta-Test in Vorbereitung. Ob der und wann der kommt, schwer zu sagen. Ich habe ihn da jetzt nochmal offen auf der Seite. Der ist nämlich ein bisschen wahrscheinlich kompliziert, dass sie ihn ohne Bugs machen. Also könnte man sich vorstellen, dass das ein Grund ist, dass sie ihn jetzt doch aufgeschoben haben. Weil der ist schon seit 4, 5 Monaten war er mal im Beta-Test. Der macht sowas ähnliches wie Taunt. Nur, dass nicht die eigenen Helden nur von einem Gegner anvisiert werden können. Sondern erzeugt beim Gegner eine Fähigkeit namens Greed. Also Gier. Und wenn der Gegner irgendwelche Buffs spielt, dann kriegt nur der Held, der die Gier hat, Buffs. Und alle anderen Gegner nicht. Keine Ahnung, ob der dann so kommt oder warum sie den jetzt verschoben haben, verzögert haben. Irgendwann wieder schon kommen. Der vorläufig letzte ist Hete Faires. Ein mittelschneller Heiler. Also das ist so die Standardgeschwindigkeit für Heiler. Kleriker Blau. Eine Sie wahrscheinlich. Heilt alle Verbündeten um 50%. Da ist sie beschnitten worden gegenüber dem Beta-Test. Im Beta-Test waren das 60%. Klingt nach sehr viel. Meiner Meinung nach hätten sie das ruhig so lassen können, weil es schon vollkommen egal ist. Wenn ein Heiler 50% heilt, dann es gibt ja fast immer die meisten Spiele mit Mana-Truppen dazu. Das sind 20% mehr, ein paar Prozent vielleicht sonst noch als irgendeinem Grund. Also sind es sowieso schon 60% Heilung bei 50%. Ob jetzt 60%, dann sind es halt 72%. Das ist schon egal, weil wenn der Gegner, also der Heilt, der geheilt wird, nicht ganz, ganz niedrig war vom Leben her, macht sowieso keinen Unterschied. Und ein wirklich entscheidender Unterschied wäre es erst, wenn es um Überheilung gehen wird. Dann wäre es ein großer Unterschied. Aber da es nicht um Überheilung geht, finde ich, wäre auch 60% im Prinzip jetzt nicht viel mehr wert gegenüber 40, 50. Na gut. Weiter. Weiter alle Verbündeten erhalten 84% Verteidigung gegen Natur und eine weitere 2% Erhöhung für jedes Mal, dass sie während vier Zügen getroffen werden. Und als letzte Fähigkeit noch. Alle Gegner erhalten 40% weniger Genauigkeit für vier Züge. Die Genauigkeit, das empfinde ich als schon sehr störend. Also egal, ob es theoretisch, hätte fairer ist in der Def oder im Angriff, für beide hat es einen großen Nutzen. Wenn man angreift mit so einem Helden und alle Gegner sind für vier Runden lang, was ziemlich lang ist, also machen sie 40% Fehltreffer, dann entspricht das schon einer ziemlichen Erhöhung der Überlebensfähigkeit. Ich selbst mag halt nicht so besonders gern im Angriff, wenn der Effekt zufällig ist. Und in dem Fall ist es ja zufällig. Da würde man zum Beispiel merkwürdig, wenn es heißt, alle Gegner erhalten minus 40% Angriff, dann würde mir persönlich das merkwürdig, als so mit dieser Zufallsgeschichte, ob jetzt ein Fehltreffer zustande kommt oder nicht. In der Def ist sowas egal. Die zweite Fähigkeit, das alle Verbündeten erhalten, Verteidigung gegen Natur, ist vor allem dann was Wertvolles, wenn es sich um einen Denk handelt, wo die Gegner gern mit Grün angreifen würden. Oder auch vielleicht als Flanke, wenn das Team so aufgestellt ist, dass die Gegner halt gern Grün als Angriffsfarbe nehmen würden, die wären dann natürlich dadurch geschwächt. Ich glaube nur, es wäre möglich, dass sie sie doch haben bei hätte fairer ist, das sollte eine Option für einen Denk werden, eine blaue. Abgesehen davon, dass es jetzt eh blaue Denks gegeben hat, aber halt andere. Ich glaube, dass das ohne Überheilung nicht funktioniert, weil er macht oder sie macht sehr wenig, wenn sie einfach nur normal heilt und dann die Ungenauigkeit. Man müsste das angreifen, jemand mitnimmt, der reinigt und es sorgt halt gar keinen Druck. Würde das Überheilung sein, nicht 50% normale Heilung, kann man einfach sagen, wenn sie auslöst, sind alle wieder voll. Das ist wurscht für die Angriffstext, die man mitnimmt, weil dann schießt man trotzdem alle weg. Würde das, ich weiß nicht, 40% Überheilung sein, dann würden wahrscheinlich viele Angriffstext, beziehungsweise die meisten Angriffstext nicht mehr genügend Schaden produzieren, um eine Seite auszuschalten oder gar die ganzen Klänge auszuschalten. Das würde vielleicht hätte fairer es auch für ein Denk einsetzbar machen. So empfinde ich das einfach als zu wenig. Die zweite Fähigkeit, aber Genauigkeit minus 40%, ist schon was, ja, wie gesagt, das erhöht die Überlebensfähigkeit schon in einem ziemlichen Maß und wenn man damit angreift, ist immer die Frage, wem man als Heiler mitnehmen will. Wenn ich eine, so dieses klassische Prinzip, drei Angriffshelden, also die Schaden machen und in der anderen Farbe auf Kontrolle, dann könnte man schon vorstellen, dass man das als einen der beiden Kontrollhelden spielt und damit, ja, halt doch deutlich mehr Zeit gewinnt, um die Hauptfarbe zu laden. Die direkten Konkurrenten, manche davon finde ich aber halt einfach besser. Also ich finde kostümierte Ariel, die es ja jetzt gerade beim letzten Portal gegeben hat und die inzwischen wahrscheinlich deshalb schon einige Spieler haben, finde ich einfach besser. Der Mana-Gewinn ist bei Heilern besonders wertvoll und eben die meisten, also die allerbesten Heiler, viele davon haben halt in irgendeiner Form Mana-Gend dabei. Wenn man da schaut, die anderen, gut, Familienbonus, wenig spannend, bringt ein bisschen was, aber braucht man es nicht für jeden Helden extra beleuchten. Die Passivfähigkeit zu 60% verstärkt sich das Leben um 10%. Das ist natürlich schon einmal ein bisschen was, aber 10%, wie gesagt habe ich in der DEF, das ist zu wenig, als dass die Angriffstecks nicht wegnehmen könnten. Einen Helden, der auf 110% Leben ist, den kriegen die weg. Und säubert die neueste säuberbare negative Statusveränderung von allen Verbündeten. Das ist natürlich dann wertvoll, vor allem wenn man im Angriff hätte, Faires mitnimmt, aber halt nur zu 60%. Man kann sich also nicht annähernd darauf verlassen. Und damit ist es für mich eigentlich eine Heldin in Summe jetzt, die mich überhaupt nicht reizt. Weil ich habe meine zwei kostümierten Ariels, theoretisch könnte ich noch eine vom Solo Exchange jetzt glaube ich, oder nicht vom Solo Exchange, vom, wie nennt sie das Ganze? Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Namen. Von den Schicksalsbeschwörungen könnte ich noch eine nehmen, beziehungsweise werde sie auch noch nehmen, aber nicht maxen. Ich finde einfach, hätte Faires nicht besser. Wer jetzt nicht so viele Heiler hat, für den wird das natürlich eine Bereicherung sein. Wenn man schaut, die Werte sind natürlich enorm. Also da wird wahrscheinlich bei Klerikern, also bei Klerikern wird wahrscheinlich die linke Seite vom Gassenpfad die sein, die halt hauptsächlich für DEV und Leben verantwortlich ist, weil knapp 1000 DEV und 1900 Leben ist schon richtig viel. Braucht man aber eben im Angriff auch nicht unbedingt, weil wenn man sie schon wappnet, man braucht dann die meisten Angriffsheiler nicht breaken, weil sie eh schon genug aushalten, wenn man sie auf Defensive wappnet. Also wie gesagt, wenn sie kommt, wird sie wahrscheinlich bei mir eine Edelreisewistin sein. Jetzt schauen wir, was ihr sonst drin seht. Interessiert mich eigentlich nicht sonderlich. Da haben Leute glaubt, den könnte man als Denk spielen, aber er ist zu wenig, also er macht zu wenig langsam und die Hauptbedrohung von ihm sind ja die großen Minions, die dann auch ordentlich Schaden machen, aber mit den vielen Antworten gegen Minions, die man inzwischen hat, ist das eine Vorgehung. Wenn alle Säte stehen haben würden, ja vielleicht wäre er dann, er ist einfach langsam und die letzte Fähigkeit, wenn er stirbt, kriegt minus 100% Mahler, das klingt dann Papier so super, aber meistens stirbt er ja, wenn man als Angreifer Pech hat, also gar nicht Pech, über Steine wird er selten sterben, weil er gibt ja doch immerhin den Minion dazu und wenn er zum Auslösen kommt, dann wird er eher nicht über Steine sterben und wenn er über Specials stirbt, dann kann ich mir als Angreifer die Specials ja einteilen. Dann kann ich ja vielleicht am Anfang die ersten beiden Specials in meiner Angriffsfarbe auf die Seite spielen und erst das letzte auf ihn und dann ist es wieder nicht so schlimm, dass das Mahler gestohlen wird. Sprich, Set interessiert mich nicht, sehr wohl interessieren würde mich Detichere, Detichere ist sehr stark, schnell macht viel Schaden, hat sehr nützliche Bonusfähigkeiten, ist eine der stärksten Heldinnen von Season 5 und ganz allgemein eine der stärksten. Wenn jetzt so noch mal das Portal ganz generell, was ist sonst drin, was sind die stärksten Helden? Also die allerstärksten, erwähne ich jetzt, die allerstärksten sind, ich meine El Nataa ist schon auch gut, nicht allerstärkster Mat auch gut, Amose ist zwar jetzt auch nicht gerade einer der allerstärksten, aber würde ich mich darüber freuen, weil ich ihn für Events und vor allem Dürme gut brauchen könnte, Kufu ist bei Events einer der allerstärksten und Hathor empfinde ich eigentlich als die stärkste Heldin von der Season 5. Bastet hat sich jetzt in die Devs lang gedauert und ist jetzt aber eigentlich ein Mainstay in den Devs geworden, also es gibt, also selbst wie wir jetzt gegen Seven-Dest-Debatte zum Beispiel gespielt haben, die ja alle Helden haben, da war die stärkstmögliche Aufstellung ihrer Meinung nach war mit Bastet drin, als Flanke von Miriam, also wie sich das jetzt verändert mit dem Abgang von Miriam, das werden wir sehen, aber es ist ja gar nicht zum Beispiel so unrealistisch, dass man mit Bastet als Tankist spielt. Ich habe einen Bastet umgelevelt, ist eh arg, aber für einen Angriff brauche ich nicht unbedingt für die Devs, würde er mir ein bisschen was bringen, aber es ist für mich, wo ich ja auf Events und mythischen Titanen und Türme und so alles aus bin, ist es sehr schwierig, dass ich die Helden raufbringe, dass ich die Ressourcen dafür kriege und ich will jetzt nicht mehr Angebote für Nahrung und für Aufstiegsmatz kaufen, deswegen müssen einige Helden, die recht gut werden und mir auf manchen Gebieten helfen würden, also die haben leider das Nachsehen. Okay. Also es sind von Season 5 empfinde ich viele Helden als recht gut, für mich persönlich wäre es noch interessant für mythische Titanen, beziehungsweise dann fast alle, Barbyros ist ein Rohrgrepierer, der ist richtig schlecht, aber im Prinzip Kepri ist jetzt auch nicht besonders gut, aber prinzipiell, Sete empfinde ich auch nicht gut, aber ist jeder Eventheld von Season 5, fast jeder ist ein solider, guter Held, ganz auf Top-Niveau gespielt wird, aber wenn ich so schaue, im Krieg jetzt nur Detichere, gut, mit Abstrich, Helder daheim, Angriff, Mad kann oder wird gespielt, Hathor, in Rush wird natürlich Kufu und wer, Mosei wahrscheinlich gut, ja, passt das. Ja, das war das Portal, das ist einmal schneller gegangen als normal, morgen kommt der Seelentausch, da wird ein ausführlicheres Video dazu kommen, ich werde dann auch wahrscheinlich morgen, wenn dann absehbar ist, dass wirklich der Held kommt, auf den ich warte und viele anderen auch, dann werde ich ein paar Beschwerungen machen, sowohl saisonale als auch vielleicht, ich weiß nicht, zehn von den Dünen, ich brauche jetzt nicht unbedingt bei Detichere, würde mich freuen, aber es bringt mir auch nichts, die Münzen aufzuheben, weil es ist jetzt nicht zu erwarten, dass irgendwann gefeatured werden, ich weiß nicht, Amose, Hathor und Detichere, dass ich sage, dass alle drei Feature Helden für mich was Tolles werden. Ich hoffe mir jetzt aktuell halt eher nicht die Angebote für Season 5, auch für Season 4 und 3 nicht, so, weil ich da eher warte auf sinnvollere Kostüme, ja, also ein kleines Beschwerungsvideo wird es auch bald geben. Danke fürs Zuschauen, denjenigen, die beschwören, wünsche ich viel Glück, wenn jemand hätte Faires zieht und einsetzt und begeistert davon ist, dann schreibt es mir bitte, wenn er nicht begeistert ist, dann, und er selber gemakzt hat, kann er auch gerne schreiben, über Detichere kann sich jeder freuen. Passt, ciao, bis bald.